Ich glaub wir können auch gleich aussteigen, wenn die Faggots hier tot sind. Mhm. Alter, komm her. Ernsthaft. Nein. Ich will dich umknocken. Ich will dich umknocken! Danke, dass du immer extra so fahren musst. Hahaha. Da kommt noch einer. Ja, hier muss noch einer. Ach hier. Ach hier ist der Badass. Ach hier, komm her. Ich glaub wir schubsen den. Wundert sich grad auf einen schießt und du die ganze Zeit durch die Gegend fährst. Guck mal wer vor uns, der Badass. Spachaufnahme. Spachaufnahme. Okay. Weil diese Feuergeschwindigkeit wie scheiße die manche sind, ne? Na, 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 na. Komm, wir gehen ein. Ich weiß gar nicht, wie rollen ging. Oder was es euch geht. Jawoll, so'n Fettsack. Ja, ne? Löscht der Fettsack. Mhm. Klack. Boah, ich tipp da auf. Du Affe. Warte. Box. 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 Oh. Direkt den nächsten. Mhm. Fein gemacht. Vielleicht aber auch nicht. Ich boxe ja alles weg. Du sammelst und ich boxe alles weg. Okay. Das ist ein gutes Teamwork. Ja, deswegen kriegst du auch schneller Token, weißt du, ne? Ja? Schon? Ja, ja, weil ich die Bett essen... Wow! Centos, ich hab ne Überraschung für dich. Komm mal her. Was denn? Komm mal zu. Aua. Das ist der Pisser. Bye. Ouch. Warte, ich knocken, ich knocken, 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 knocken. Komm schon. Jawoll. Hinter dir. Yes, we got. Ah, jawoll. Der Badass-Mund-Nomade. Die sind nicht beide rausgekommen. Ich geh drauf. Jawoll. Schön. Geh noch mal. YOLO. Wenn er nicht schnell wegzieht. Was denn? YOLO. Noch geschafft. Ja. Weil da oben... Weil das wusste ich nämlich. Hm. Wenn die Angel nicht so scheiße ist, ja. Dem Salabim. YOLO. Was willst du haben? Warte. Jetzt kannst du dir was sagen. Äh... Ich finde die Ladegeschwindigkeit nur schräg. Ich wüsste schon, wenn ich nähe. Weil... meine Ladegeschwindigkeit 14,1 hat. Und das 2,8. Ja, aber... Du musst dich davon ausgehen. Du musst auch davon ausgehen, was die Waffe an sich so hat, ne? Ja. Ja. Aber es... Es geht alles bei mir runter. Okay. Außer Magazin bei dem einen, da geht es ja... Ja gut. Ich nehme... Einfach die oben links. Bei Sniper. Ne, es kann Sniper. Es ist eine Maschine. Ich muss gerade beim Sniper gucken. Waffe. Bist du mal viel zu schnell. Warum verschießt du deine gute Munition? Warum frag ich dich? Sag es mir. Wann wurde ich grad noch mal geguckt? Und du, Waffe? Du hast mir zu lange geguckt. Müsste Tech... Tech sein, oder? Ach, Falsch. Ja, Totsch. Warte. Bevor du irgendwie weiter gehst. Ne, ich warte. Wom schießt du mich an? Nur so. Ernsthaft. Hast du die Waffe? Dann hast du die wegen... Wegen... Ich wegen dir bekommen habe ihn. Wegen mir. Ach, die Sniper ist immer noch mal einiges besser. Oh, da musst du die Schrotflinte immer nehmen. Die verbraucht einfach nur zu viel Munition, aber die geht richtig ab. Wie siehst du die ganze Zeit denn? Wo gehst du? Äh, zum Fahrzeug. Obwohl der Weg... Naaa... Naja... Wir müssen auf den Weg zurück. Naja... Äh... Wir müssen hier hin. Ja. Ja, wir müssen hier hin. Hm, ich weiß. Faulner Sack. Wir können ja nicht reinfahren. Ja, ich mein... Okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Geh dir vor. Nein. Du musst einfach YOLO schreiten und reinrennen. Ich weiß, dass die Viecher kommen. Okay, YOLO. Hallo. Hey, lass dich doch nicht zurücktreiben von dem. Hey, was denn? Toll. Ich wollte ihn grad hochziehen. Ich meinte die auch noch. Zack. Hey, was denn? Wo war jetzt das Problem? Nix. Komm. Achja, hier habe ich auch gehabt, dass das abgeschmiert ist. Das war ein bisschen mit einmal. Okay. Ich weiß auch nicht, was das für Probleme waren. Zu Anfang. Oh, nee, 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 nee. Und jetzt habe ich meinen YOLO-Modus weg. Ich will Wichse. Ach komm, ey. Geh drauf. Ernsthaft? Es geht rauf. Geh drauf. Autsch. Ich bin direkt sicher. Los mit euch. Da kommt er. Wo? Ach ja. Na, was hast du wieder schönes eingesammelt eben? Äh, weiß ich nicht. Aber ich habe gerade Tokens wieder zum Einlösen und Points. Ja, ich nicht. Ich habe es kostenlose Munition. Das hört sich doch gut an. Wie dauert das denn nicht gerade noch im Moment? Feuerrate 5%. Quatsch, man, ne? Ja. Ja. Ach, jawoll. Ach, jawoll. Ach, jawoll. Wie ist es denn bei meinem Plan? Ach, jawoll. Ah, laber nicht. Ach, schön. Wie ist es cold? Dann kann er einer der ersten, die für die Raiders entlediert haben. Bye. also weit liegen wir nicht mehr im unterschied vorher warst du einmal und jetzt habe ich mal durchgezogen du kriegst ja alle die erfahrungspunkte nur ein bisschen weniger aber ich muss mal eben er macht das war die suchen und heilen die heilung ist effektiver wenn deine freundin niedriger sind also ich habe immer so eine ich habe so eine kleine maschinenpistole kapizität mit heil ob das kann man später vielleicht noch machen man die man die man nie vergessen vielleicht so ne 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 holst du ihn naja da oben sind nämlich waffen oder schilde für spaß will ich nicht außer die haben visier drauf und beide erstmal einsacken weil sie beim ersten gelesen habe nicht beschaffe sondern besoffe besoffen den energiekern 20 ist aber nur ein bonus also eine bonus gelegenheit muss nicht sein geht aber wir müssen hier lang ich wollte einsammeln gibt es nämlich noch mal fünf prozent mehr feuerrate bei mir ja aber nicht aber nicht fröhliche weihnachten ihr pisser völlige weihnachten war ein auch das weit war so team ok jolo ja ich hasse das wie genau ich kann bei den sniper nein wir gehen heute nicht da bist du aber ich hab wieder nicht du das besuch ja habe ich gemerkt alle mir ist das mit dem moment keine munition hat oh ja mein mensch schild ist schon der marsch nicht nachgeladen ist bei diese nachladegeschwindigkeit ne schrottenkacke ein sniper ich brauch wahrscheinlich noch eine waffe wenn du triffst dann ist er gleich echt on was ist das schöne da dran ach du Handschuhe heute oh das ist wieder so ne das ist so ne unproof Waffe die nur so schnell schießt wie du drückst ja ne und ich hab wieder keine kugeln dafür ne ne oh doch du sagst stirn wow hallo haben wir noch einen? bleib hier na da nein hau nicht ab jetzt gibst du? wenn er hier nicht abbauen würde der spinner jetzt was mit die los junge was los mit dir keine Ahnung wie die los ist nur die munition munition lalalalalala mhm so auf jeden fall nach oben noch weiter ja ja ne hier ist x ja ja trenne von der anderen Seite mal hoch wie da waren wir nämlich oben auch noch nicht drauf du weißt dass wir jetzt parallel beidseitig jetzt hier hoch gehen ne ja ich weiß das einfach ganz mies ist ne und die Gegner ne ok ich mach YOLO Modus boah ich bin runtergefallen ich bin dann noch los mit dir YOLO hier weiß ich nicht hau einfach ab ja ne ich geh drauf boah das ist nervig wenn hier mal irgendwo Gegner da sind du weißt es komm mal näher komm mal näher genau bleib mal schön hier bleib mal schön hier die nerven sowas dann auch ouch oh laden nach laden nach du warst hier zufrieden ja das war ich YOLO Modus ich bin aber auch noch mehr Gegner ja äh vor Zento sagte wir vergessen wieder was zu looten hm sind die ach da sind alle ooooh ich hätte irgendwie gesagt dass du hier oben bist fuck ich machs noch nicht offen fuck boah warte ich fart ich will in dem moment auch noch nach messen jetzt knights schassst du naja deswegen ja weißtущung wir das nen wei machen wollte achso ja die sind eigentlich die geilsten noch nicht du machst aber schon wieder die kiste auf du hast den ernsthaft abgeklärt ich war zu schnell eben sagt ich schaffte ich war einmal zu schnell mit einem schuss dagegen muss man gegner aber ich sag mal jolo heute ist irgendwie jolo tag kommen keine ahnung welche willst du haben ich lass dir mal zeit ich kümmer mich mal gerade um kollegen hier von denen naja ich habe die andere waffe mit eingesammelt welche wolltest du jetzt warte mal schmeiß die anderen nicht weg ich weiß die licht und lass die fallen